Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Consommet mit Zitrone und Ei. Für unsere Gaumen ungewohnt ist eine Consommet mit Zitronen und Ei. Es ist eine griechische Suppe, die vor dem Hauptgericht serviert wird. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 1,5 Liter Hühnerbrühe oder Instant-Hühnerbrühe. 50 Gramm Rundkornreis. 2 Eier, 6 Esslöffel frisch gepresster Zitronensaft. 2 dünne Scheiben Zitrone, ein paar Stiele glatte Petersilie, frisch gemahlener Pfeffer, Salz. Folgende Utensilien werden benötigt. Großer Topf, Schüssel, Schneebesen, Kelle. Zubereitung Brühe in einen großen Topf geben und aufkochen lassen. Den Reis in die Brühe geben und alles knapp 20 Minuten köcheln lassen, bis der Reis gar ist. Die Eier in die Schüssel geben. Mit einem Schneebesen wird das Ei schaumig geschlagen. Mit einer Kelle gibt man nach und nach den Zitronensaft hinzu. Die Temperatur der Suppe verringern, sie darf jetzt nicht mehr kochen. Die Mischung wird dann vorsichtig unter ständigem Rühren mit dem Schneebesen zur Brühe gegeben. Immer weiter rühren, bis die Suppe leicht dick wird. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Petersilie waschen, trocknen, die Blätter von den Stielen zupfen und grob hacken. Die Suppe auf vorgewärmten Tellern anrichten. Mit Zitronenscheiben und Petersilie dekorieren. Sofort servieren. Als Beilagen eignen sich Weißbrot, Baguette, Pide oder Ciabatta. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!